Musik Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary Wir sind hier im Arati Becken, am Moxet hat sich nichts geändert, das wird doch erstmal so bleiben Äh, ja, Waffen, Waffen tue ich mich nur selber Da ich alleine unterwegs bin, kann man als egoistisch abstempeln Aber ganz ehrlich, ähm, ich hab keine Ahnung, wie die Leute sind Und im Moment ist es halt irgendwie so, dass bis auf Sägen der Macht eigentlich, äh, alles ganz praktisch für mich selber ist Das ist es halt, ne, ich hab Mana, ne, Mana-Rack, hier Lebens-Rack, Schild, ein bisschen mehr Damage, kann man immer gebrauchen Ich könnte jetzt auch die Sägen woanders verteilen, aber ganz ehrlich, bei Randoms ist das immer so eine Sache in der Gruppe, wäre es was anderes Nun gut, Set hat sich nicht geändert, ist weiterhin das gleiche Talente bleiben auch erstmal so Das ist hier letztes Urteil Eifer, Faust der Gerechtigkeit, Klinge der Tugend, Rache des Rechtsprechers, Siegel des Lichts und die göttliche Bestimmung Ah, wie wird der Frosch raus Im Hals, aber der bleibt drin Beziehungsweise, ne, andersrum Lutschkiesel, bitte Ja, ich hätte gern auch so einen Popelstein Das wäre sehr nett Ja, bitte Nö, der macht nix Muss man bei den ganzen Leuten gucken, die können jetzt teilweise mehr Sachen mocken Das sieht ganz nett aus Das muss ich doch gehen, Moment Oh ja, da ist er doch So, wir werden mal schauen, was man da hier so alles reißen kann Eigentlich wäre das entzerrt ganz nett Aber ganz ehrlich, 3 Minuten CD Sorry, das Ding ist Also PvE ist das Ding nutzlos Und in PvP ist das Ding zu gebrauchen Aber 3 Minuten Cooldown Ne, ne, du, das geht einfach nicht Da ist sogar das hier besser Denk ich mal 4,1% Pro Stapel mal 15 Heilige Scheiße 4 mal 15 Das sind über 60% mehr Schaden Und Tempo Es ist einfach, das ist bescheuert Aber gut Blizzard halt So, was sagen die Stand Templates 18% Tempo Ja, da hätte ich ja Einiges an Tempo mehr Wo kommen sie alle mit? Gut, hier hoch Klassisch So, der Grip Stun Nö Können wir mal vergessen Vorher noch mal gleich Sheet of Vengeance an Stand dato brauche ich hier glaube ich gar nicht stellen Hier geht der Menschen richtig ins Gesicht So, der wird verlangsamt Wings up Das drauf Stun hinterher Das hier Und das hier Und noch ein Stun Boah, 125k Nice Na, wo ist er denn? Na Er kriegt einen Kick Komm ich nicht dran Oh, der Feral Header spinnt ein bisschen Also dreht ein bisschen durch Stirbt jetzt eh Oh, da ist der Mage Prima, kriegst jetzt und dann 3, 2, 1, jetzt Und Jessica's Vengeance Woa, warum so wenig? Getabbt Hammers Da ist das Pet Pet angegriffen Mage ist wieder da Mage wird sterben Ja, sag ich doch Speed wiederholen So Übrigens, falls Also, hab ich im letzten Video gar nicht erwähnt Falls euch auch gefallen ist Dass wir Näher ran gesoomt sind Ja, Blizzard hat das ja geändert Ähm, ich hab ja Von der Vom Zoom her Bin ich ja relativ Also Die maximale Kameraentfernung Auf niedrig gestellt Bis es nicht mehr geht Und Darf und dann ganz Zurück gesoomt Ja, Rogue ist klar Und dann weit raus gesoomt So rum Oh, natürlich Oh Gott Das ist geil Er haut jetzt alles raus Was bringt denn das? Was wird das? Er hält mich jetzt hier auf Wir haben drei Stützpunkte Das ist total sinnlos Ich geh mal auf den Chummy hier Komm einmal noch Judgment drauf Stun ihn Oh du Affe Achso Ja Bam Da geht 60k nochmal raus Boah Wollte ich mich grad verarschen Hier Nur Katzen Katzen Schurken Bleibs hier mein Freund Oder neben nicht Der Rogue aber Boah Was ist denn hier los? Mal Hab ich Spam Oder ich werd sterben Das werd ich nicht überleben Ohohoho Ohohoho Ey, wie viele Katzen Haben die dann? Eins, zwei, drei Also drei Druiden Wahrscheinlich sind es Alles drei Katzen Oh, du Stück Scheiße Oh, geht mir nicht Auf den Sack Hohoho Alter Schwede Ganz klar Du, da geh ich nicht hin Das ist ja Wahnsinn Oh, natürlich Scheiß Katze da Ey, fick dich doch mal ins Knie Was ist denn das für eine Scheiße? Ey Es ist ein Pre-Patch Ja, das ist ja lächerlich Das ist ja lächerlich So, was ist das hier? Ja, kannst du ja nix machen Was heilt denn der? Ja, nee Alter, so eine Hexe Hättest du sie eh nochmal Boah Und Rogues Puh Nur Schaden Boah Hallo, der hat er noch rausgeholt Ich glaube, wir wären hier gerade so ziemlich abgezogen Du bleibst hier Wer heilt denn? Ist hier ein Heiler? Oh nein Monk Heiler Ja komm, noch ein Stun Fickt euch Keine Chance Keine Chance Keine Chance Die nehmen uns echt auseinander Ne, das ist kunterbunt Boah Schau dir denn, eine Katze Und Schurke Zusammen Ja, okay Ich sehe schon Zusammen Nächste Katze Okay, die waren von Elkin Eins Zwei Drei Vier So, immer der Und die waren das immer Ja, Leute Rumstehen ist nicht Tja, das letzte BG Schön gewonnen Also die Aufnahme Schön gewonnen Und jetzt hier Kriegt man mal hart in die Fresse Wobei die Gerade mal nur Drei, vier Spunkte Vorsprung haben Das ist gar nicht viel Ja, natürlich Das war klar Es sind nur die beiden Ich krieg immer nur den Ins Gesicht Die haben es echt Auf mich abgesehen Ne, guck mal Ich mal langsam Ja, natürlich Du kannst jetzt hier Wieder durchsprinten Das ist ja Ich brauche echt Mein Slow Ja, ich kann ja nichts machen Das ist unmöglich Sorry Oh, merkt Das der Slow fehlt Ja, schon wieder Ey, fickt euch doch mal Was die für ein Damage Vor allem ziehen Das ist ja Hartab normal Das ist echt Hartab normal Sorry Hey Ich hab echt Zwei Fanboys gefunden Aber wenn ich es ist Einer stirbt mal Das ist ja hart Das ist ja hart Alter Schwede Oh Da sind sie wieder Ey Die haben es echt Auf mich abgesehen Die beiden Komm mal her Mein Freund Wo ist er? Komm her Ah, der ist ja down Oh Ja Ey Wie sind Also Fällt mir nicht sein Ja Müssen Fanboys sein Ach Das sind sie wieder Das sind sie wieder Hier gibt es Ich bin mein Freund Hier geblieben Nee, nee, nee Du So nicht Ich werd wahrscheinlich Eh gleich sterben Aber Boah Ja gut Das war's dann jetzt Oh, noch nicht Das ist lächerlich Sorry Das ist hart lächerlich Das hat jetzt nicht unbedingt So unbedingt Was mit zu tun Dass der Redrich schwach ist Nur Was soll ich denn machen Das sind zwei Die Damage drücken können Ohne Hände Und Ja Halt nicht sterben So ohne weiteres Das ist das eine Mal Wo er glaube ich Nichts mehr hatte Ja okay Gut Wenn er noch Durchgehalten wird Dann ist er eh Scheiße Ah Mhm Ja Das ist kostenlos É Ist doch Gap Ja Aber Ahora Das ist Sie Ja und Ich auch Wahrscheinlich werde ich den nicht töten können. So ein hartes Abgefahr wie hier. Ah, die Insee hätte ich mir sparen können. Aber wir sind eigentlich noch im Rennen, gell? Die haben 1.038 und wir haben 860. Also gut, jetzt haben sie drei Stützpunkte, beziehungsweise das vierte wird eingenommen. Das wird dann auf Dauer doch nichts. Eher weniger. Das ist schon hart. Also die Farrells, die nervt nicht. Also jetzt unabhängig davon, dass die zwei irgendwie da mich ganz doll lieb haben, aber auch zu zweit spielen oder zusammenspielen, aber Farrell allein ist schon eklig. Weil man kommt nicht von weg. Er ist mobil, er macht Damage und er kann gut leben. Ich weiß das gar nicht, kassiert er wirklich viel? Naja, wenn er die ganze Zeit ging, halt kassiert er auch nicht viel. Zwei. Ja, da sind sie schon wieder. Guck mal, wie die mich runterzimmern. Zwei Stunts. Lächerlich. Ah, einer aus meiner Truppe. Tja. Schon wieder. Na, kommt schon ob. Ha, 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 ha. Tja. Genau, Slay. Es wäre sehr nett, wenn du bei mir bleibst. Ohne Heal habe ich verloren. Ja, kommt hier jetzt zwei. Ihr greift auch noch zu zweit an. Ach, scheiße. Ich hätte ihn stunn müssen. Oh, ey, was ist denn hier noch einer? Noch ein Feral. Twitter vibriert. Das ist lächerlich. Wie dir das alles gegen halt vor allem? Da, einfach mal Hotz drauf. Das tickt dann irgendwie hoch, oder wie? Ja, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Schön. Da kommt hier ja. Das ist lächerlich. Das ist wirklich wieder hart lächerlich. Nee, nee, vielleicht kriegen wir dich ja noch. Nee, der wird doch unten hochgehalten. Da ist wieder Kittigli. Das ist behindert. Das ist wirklich behindert. Sorry. Guckt euch das noch an. Von Fanboys und so. Ja. Gut, okay. Das war dann halt irgendwie echt assi. Aber gut. Was soll man machen, ne? Gut, ich sage wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, abdauer mit in den Kommentaren auf Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Wir sehen uns dann.